Hallo und willkommen auf meinem Kanal Dill Design. Wir werden heute mal in die Welt der Texturen eintauchen. Als allererstes möchte ich natürlich alle neuen Abonnenten hier ganz ganz herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass ihr abonniert habt. Wie ihr schon erfahren habt in diesem Kanal, werde ich dir alles über Photopea erfahren. Und wenn es ein neues Update zu Photopea gibt oder irgendwie eine Erneuerung, eine Veränderung in Photopea, werdet ihr das hier auf diesem Kanal immer erfahren. Wir tauchen heute mal in die Welt der Texturen ein, beziehungsweise wir werden mal die Welt der Texturen ab heute so ein bisschen beleuchten. Und heute geht es einfach mal um Putz- und Tapetenstrukturen. Texturen kann man ja in jedem Bild verwenden, man kann die in Grafiken verwenden und so weiter und so fort. Wie man sowas erstellt, das zeige ich euch hier. Ich werde eine neue Ebene erstellen und diese Ebene werde ich einmal mit weiße Farbe füllen. Ich werde dann diese Ebene mit einem Rechtsklick in ein Smart-Obeck konvertieren, gehe dann auf Filter und gehe auf Rauschfilter, Rausch hinzufügen, stelle von gleichmäßig auf Gauss und mache beim Monochrom einen Haken rein. Jetzt stelle ich mir die Stärke ein, wie ich es gerne haben möchte. Einmal auf OK klicken, gehe danach wieder auf Filter, Stilisierungsfilter und Relief. Diesen Relieffilter ist immer das, was ich als allerletzten Filter bei so einer Textur verwende, um einfach dieses 3D, dieses Plastische damit zu erzeugen. Einmal Klick und damit haben wir hier eine Putzstruktur erreicht. Ihr könnt natürlich jetzt die Höhe und die Stärke noch einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet und dann, wenn ihr fertig seid, auf OK klicken. Damit haben wir hier eine Putzstruktur erreicht. Ich werde eine neue Ebene erstellen, werde diese mit weißer Farbe füllen, Rechtsklick in Smart-Obeck konvertieren. Wir gehen auf Filter, Renderfilter und Holken. Jetzt gehe ich wieder auf Filter, Stilisierungsfilter und Relief. Und damit haben wir hier so eine weiche, unregelmäßige Putzstruktur. Man könnte auch sagen, das sieht aus wie Watte, wie Baumwolle. Ich kann mir hier die Stärke noch ein bisschen verändern, wie ich das haben möchte. Und auf OK klicken. So einfach kann man Putzstrukturen erstellen, indem man einfach einen Filter anwendet und als letztes immer diesen Relieffilter anwendet. Ihr könnt natürlich aber auch diese Filter miteinander kombinieren. Eine neue Ebene erstellen, erstelle die mit weißer Farbe. Rechtsklick in ein Smart-Objekt. Konvertieren. Und jetzt gehe ich einmal auf Filter, gehe wieder auf Renderfilter, auf Wolken. Gehe auf Filter, auf Rauschfilter, Rauschen hinzufügen. Stelle mir das Rauschen mal ein bisschen kleiner ein. Und Gauss. Und auf Monochrom. Einmal OK klicken. Und jetzt werde ich den Filter, Stilisierungsfilter und Relief anwenden. Und schon haben wir hier die gleiche Struktur, die wir am Anfang hatten. Nur, die ist sehr wellig und nicht glatt. Einfach OK. Wenn mir dieses Wellige immer noch nicht ausreicht, gehe ich auf Rauschen hinzufügen, mache einen Doppelklick hier auf diese Ebene und kann mir hier die Stärke des Rauschens verringern, sodass ich eine leichte Hochtiefstruktur, aber diese Unregelmäßigkeit von den Wolkenfiltern immer noch hier mit drin habe. Einfach OK klicken. Ich sagte ja, es ist eine Kombination von mehreren Filtern, die man hier verwenden kann. Ich werde eine neue Ebene erstellen, werde diese mit weißer Farbe füllen, mache einen Rechtsklick in Smart Object konvertieren und jetzt werden wir mal mehrere Filter anwenden. Als allererstes gehe ich auf Renderfilter und gehe auf Fasern. Jetzt stelle ich mir die Stärke der Fasern ein, so wie ich es gerne haben möchte. Da ungefähr einmal OK klicken. Gehe auf Filter und sage mir mal, jetzt gehe ich auf den Windfilter. Blast stelle ich mir mal ein oder na, das war zu viel, stelle ich mir Wind ein. OK, gehe wieder auf Filter und mache mal hier einen Kristallisieren drauf. Einmal OK klicken, das gefällt mir schon ganz gut. Gehe wieder auf Filter und Verzerrungsfilter und sage mir mal, kräuseln. So sieht das ganz gut aus. Naja, vielleicht ein bisschen zu viel, ein bisschen weniger machen. Sieht ziemlich verrückt aus. Filter, ich gehe Stilisierungsfilter, gehe jetzt mal auf Ölgemälde. Gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ihr könnt natürlich hier die Regler einstellen, wie ihr es gerne möchtet. Einmal auf OK klicken. Was können wir denn noch nehmen? Mal Mosaik. Gucken wir mal, was Mosaik kommt. Ja, hier die Zellengröße ein bisschen runterstellen. OK. Und ich würde mal sagen, jetzt haben wir eigentlich genügend Filter drin. Ihr könnt natürlich auch noch viel, viel mehr Filter verwenden. Zum Abschluss gehe ich auf Relief. Und seht mal, was dabei rausgekommen ist. Ich kann mir jetzt die Stärke noch einstellen, wie ich es gerne haben möchte. Also da kommen Tapetenstrukturen raus oder Putzstrukturen. Ja, man könnte das hier schon als Tapete einstellen. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, was ihr damit erstellen könnt. Zum Schluss zeige ich euch nochmal, wie man eine Rauhfasertapete erstellt. Das geht auch relativ einfach. Neue Ebene. Fülle diese wieder mit weißer Farbe. Rechtsklick in ein Smart-Oepad konvertieren. Gehe auf Filter. Rauschfilter rauschen hinzufügen. Und gleichmäßig auf Gauss. Monochrom. Und ich stelle mir die Stärke ziemlich gering ein. 5. OK. Gehe auf Filter. Stilisierungsfilter Wind. Jetzt von rechts oder von links. Das müsst ihr einstellen. Einmal OK klicken. Filter. Stilisierungsfilter. Und Relief. Und damit haben wir hier eine Rauhfaserstruktur erstellt. Die ich von der Höhe her natürlich ein bisschen noch beeinflussen kann. Das ist im Endeffekt nichts weiter als diese Putzstruktur, die wir am Anfang haben. Aber nur mit einem sehr, sehr geringen Rauschen hinzugefügt. Ich kann hier die Höhe noch ein klein wenig verändern. Ich würde euch die Höhe nicht so erstellen. Da verschiebt ihr nur den Weiß- und den Schwarz-Einteil zueinander. Und das sieht im Nachhinein nicht mehr besonders gut aus. Also lasst die Höhe ziemlich gering. Versucht die Stärke hier irgendwie einzustellen. Wenn euch das nicht gefällt, dann macht einen Doppeltick auf Rauschen hinzufügen. Und hier könnt ihr nochmal die Struktur bearbeiten. Ein bisschen weniger einstellen. Oder sagt, ich möchte gerne eine stärkere Rauhfasertapete haben, die dann so aussieht, die dann auch schon langsam wieder in Richtung Putzstruktur geht. Das müsst ihr entscheiden. Versucht, Filter miteinander zu kombinieren. Denn was dabei rauskommt, ist immer unterschiedlich und immer einzigartig. Wenn ihr dann mit eurer Textur fertig seid, seht ihr ja teilweise oben und unten, rechts und links solche weißen Ränder. Dann werdet ihr einfach die Ebene anwählen, die Textur anwählen, die ihr gerne behalten möchtet. Einmal S, T, G und T. Und dann die Alt-Taste drücken und eine Ecke greifen und zieht das ein bisschen größer. Nicht wundern. Dann wird beim Verändern, beim Transformieren, wird der Smart Filter erstmal ausgeschaltet. Wenn die Größe zufriedenstellend ist, einmal auf Enter klicken und dann wird der Smart Filter wieder aktiviert. Danach auf Bearbeiten, Neu festlegen und auf Muster. Muster wurde hinzugefügt. Und kontrollieren könnt ihr das einfach, indem ihr auf Bearbeiten, auf Vorgabenmanager klickt und hier oben dann einfach Muster anklickt. Und in diesem Feld seht ihr dann euer Muster drin, euer neu erstelltes Muster. Ihr könnt dieses Muster dann dementsprechend exportieren als PAT-Datei. PAT steht für Pattern. Einmal exportieren. Speichern unter. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, dass in einem, ich würde mal sagen, wo habe ich es denn hier, Muster, habe ich hier einen Ordner angelegt. Und jetzt kann ich hier dem Muster einen Namen geben. Ich sage mal, das ist Rauhfaser. Einmal speichern. Und damit habt ihr diese Textur auf eurem Rechner gespeichert. Denn wenn ihr das online verwendet, also wenn ihr das in eurem Browser verwendet, dieses Photopea, und ihr werdet es das nächste Mal, nächsten Tag, wenn ihr euren Rechner runtergefahren habt, nächsten Tag neu startet, wird diese Textur wieder verschwunden sein. Deswegen könnt ihr dann über Bearbeiten, Vorgabenmanager, Muster, Pattern, Laden, ihr sucht euer Muster, hier einmal Rauhfaser, da draufklicken und öffnen. Und dann wird diese Textur wieder hier in dem Vorgabenmanager-Feld vorhanden sein. Ich wünsche euch dabei viel, viel Spaß. Wir sehen und hören uns im nächsten Video wieder. Winke, winke. Euer Frank.